Hallo, hier ist Markus Krebs. Kommunikation, mein Podcast, wird sogar gesponsert von meinem Lieblingsbier, dem besten Bier der Welt, König Pilsenau. Prost! Läuft das Band? So, der zweite Teil, ich hab mich wieder umgestylt. Hier ist Markus Krebs und das Gespräch mit Matze Knopp war so geil, da wir direkt einen zweiten Teil in meinem kleinen Podcast hier haben. Kommunikation, er hat sich auch umgezogen, teilweise. Also ich hab schon gerade gesagt, nur kein Strass, also ganz ruhig. Aber es ist tatsächlich, es blinkt, also das ist was für Mallorca, oder? Das ist was für Mallorca, ist auch was für Germany's Next Topmodel. Ich hab ja so einen sehr netten Fan, Sandra heißt sie, und die macht mir diese Shirts immer. Ich hab da glaube ich 50 Stück oder so zu Hause von. Und da ist auch immer Strass dabei. Fan oder Stalker? Nein, in der Tat, wirklich, in dem muss man sagen, die macht das wirklich super. Und wenn sie mir das schenkt, und sie schenkt mir das wirklich oft, also dann zieh ich das auch an. Was mein Geschenke, ich hab jetzt letztes Mal auch eine Uhr geschenkt bekommen von jemand aus Erfurt, der macht die. Und der hat auf dem Armband dann mein Konterfei mit da drauf. Jetzt nochmal herzlichen Dank, wirklich, also, Geschenke nimmt man immer wieder gerne an. Das ist wichtig. Ich weiß doch, in Bonn war immer eine Frau, die hat Bücher reingebracht, damals. Kennt man, wenn in Bonn, ich weiß aber nicht mehr, wie heißt der in Bonn, der Laden Panoptikum, Panoptikum heißt das? Nee, Panoptikum nicht, Pantheon, Pantheon. Pantheon. Pantheon, ja. Da kam immer eine Frau und die hat ein Geschenk mit, hat sie irgendwelche Bücher ausgesucht und hat die Bücher geschenkt. Vielleicht war das auch einfach nur irgendwie ein Zeichen an dich. Es war bestimmt ein Kochbuch von Matze Knoter, weil ich hab ihn nicht aufgemacht. Hier, Koch mit zwei linken Händen. Ja. Markus, du bist so eine Promosau, das ist ja geil, danke. Er hat das nur so genannt, wegen meines Witz, mit den zwei linken Füßen haben sie Flipflips. Wie nennt man das mit zwei linken Händen? Ich weiß nur, Linkshände heißen Sinistrale. Da hat Harald Schmidt mal drüber erzählt. Suizidgefahr bei Sinistralen, es gibt mehr Linkshänder, die sich umbringen. Aber gehört hier nicht hin. Ich hab noch einen Kumpel von mir, der ist jetzt Veganer, der trägt schon keine Flipflops mehr, weil er Angst hat, er wäre ein Graship dafür gestorben. Der passt auch zu diesem Kumpel. Die laufen mal, also... Hatte ich jetzt eine Pointe von dir verpasst? Nee, die war krass. Weil ich gerade auch immer am überlegen war, wie der ging. Nee, ich wollte nur sagen, dass ich früher Harald Schmidt gern gesehen habe. Es gibt ein Comedy-Programm von Harald Schmidt Schmidt-Gift, heißt das? Ja. Das ist klasse. Das ist wirklich... Also gehört eigentlich in jede Reihe der CDs, die man zu Hause haben soll. Möchtest du mir damit sagen, dass ich nochmal an meinem Programm arbeiten soll? Nein, weißt du, was ich dich fragen wollte? Ja. Bleib so sitzen. Ritchie war deine Figur. Jetzt, wie kamst du dann auf den Change to Matze Knob? Weil dich ja jeder nur als Ritchie kannte. Und plötzlich... Hm, wer ist er denn? Das ist doch nicht Ritchie. Und jetzt kommst du. So, pass auf. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, wir bringen drei Sendungen übrigens schon. Ja. Nein, in der Tat ist es so, dass natürlich irgendwann... Und ich hab sie ja... Ich war ja wirklich dann mit den Backstreet Boys. Und ich hab mit Aaron Carter, der mittlerweile abgestürzt ist. Ich hab die Kurve bekommen. Deswegen auch Carter. War ich Gil Ofraim, neulich noch getroffen, war auch in der Nachbargarderobe. Und Aaron Carter, damals, ich glaube, neun oder so. Ich zieh das übrigens kurz wieder ab. Mach das. Weiter? Nee, nee, ich geb dir die Zeit. Das ist ja auch ein magischer Moment. Für viele. Also, jetzt... Für mich jetzt weniger. Toll siehst du aus. Wie war dein Nummer? Ja, okay, Dinge, no. Semmelmeldische, oh, jetzt seid ihr eben den Oni, wer nimmt, zieht er besser aus. Woher? Gil Ofraim. Ja. Und Aaron Carter waren in einer Garderobe, also nebeneinander. Und ich wollte beiden kurz hallo sagen. Bei Gil ging es nicht, weil es irgendwie hieß. Nein, er singt sich gerade warm. Ah. Ja, war der Auftritt in Köln? Aaron Carter. Und bei Aaron die Gags, wo ich mir denke, nee, den kannst du nicht bringen, der ist zu platt. Das ist egal, da kennst du kein Bandung. Ja, ich zieh das durch, wirklich. Hier, guck mal, hier haben wir auch zum Mitnehmen. Ja. Einfach mal machen. So, du wieder, Aaron Carter. Den hast du aber vorher geschrieben. Nee. Der ist dir jetzt gerade eingefallen. Nein, den hatte ich schon mal gemacht, aber da war das noch frischer. Ach so. Und bei Aaron Carter war es so. Soll ich weitererziehen? Ja, ich freu mich auf die Geschichte. Ich trau mich gar nicht. Ich denke immer, du gerät schreit. Nein, das muss aber... Das ist wie so bei so einem Fußballtraining. Du weißt genau, mit so einem Anlauf muss ein Drüller werden. Bleib da ganz eng dabei. Mit so einem Anlauf muss ein Knaller werden. Markus, bleib bei dem Matze ganz eng dabei. Und hau dir weg, grätsch dir weg. Wenn er in 16 kommen, ziehen, unten reißen. Matze, du hast doch eine Geschichte mit Aaron Carter erlebt. Ich habe ein Kochbuch geschrieben. Und ich habe nur was gesagt, Koch mit zwei linken Händen. Ja. Und da sind wirklich tolle Gerichte drin. Ja. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, kann ich einfach nur empfehlen. Also... Vieles mit Nudeln. Im Übrigen, weil ja viele jetzt auch Nudeln im Keller haben. Mehl, Kartoffeln, Klopapier. Ja. Auch ein Gericht, jetzt kommt es, mit Knoblauch. Jetzt wäre mal der Moment, dass du mal für mich klatschst. Ja. Das habe ich in dieser Sendung noch nicht erlebt. So. Knoblauch, falls man nicht jemanden kennenlernen will, immer gern genommen. Ja. Du kannst ja jetzt auch Knoblauch essen, weil du bist ja eh mal rein. Man sollte Autogrammstunden nur unter 3.10 machen. Unter 3.10? So reinhauen, glaubt mir, zwei Autogrammstunden. Die anderen, hey komm, Foto reicht. Und sonst, wie geht's dir? Wie bist du dann auf Matze Knob gekommen? Ja, wie bin ich auf Matze Knob gekommen? Das ist ja dein wirklicher Name übrigens. Das ist mein echter Real Name, muss man sagen. Gebürtiger Knob. Und es war so, ich hatte dann so eine, es kam so ein kleines Tal. Ja. Wo ich mich quasi auch neu erfinden musste, wo ich überlege, was machst du denn jetzt? Also gehst du jetzt irgendwie zum Finanzamt, wirst du irgendwie, lässt du dich beim Ordnungsamt einstellen oder bleibst du bei dem Job? Oder schreibst du für andere Gags? Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, genau. Aber ich habe immer schon so ein bisschen parodiert. Ich fand Till zum Beispiel, von Till und Obel, die beiden fand ich sehr gut. Und er schreibt ja auch für andere. Das macht er sehr gut, obwohl ich ihn lieber auf der Bühne gesehen habe. Die zwei, ich war mal bei einem Auftritt von den beiden, die waren sensationell. Wir haben immer gesagt, wir haben das Till und Obel Gesicht. Wenn du die ganze Zeit gegrinst hast, du bist da raus und hast nur gegrinst, weil die so gut waren. Jedenfalls bin ich dann an der Garderobe von Aaron Carter vorbei. Aus einer Ecke kamen die übrigens. Bin ich auf der Garderobe von Aaron Carter vorbei, wollte dann da rein. Haben. Ja, wollte dann da rein und dann hieß es, nein, das geht nicht, der hat gerade Lego-Pause. Das heißt, der hat da mit Lego gespielt. Ja. Und draußen waren dann die Schilder wieder Aaron, ich will ein Kind von dir. Mhm. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Scheinbar hat er wohl mehr, sonst wäre er nicht auf Lego. Ja. Oder vielleicht war eine Abkürzung für Let's Go oder was, ich weiß es nicht. Aber ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn ja auch nicht kennengelernt, weil er hat ja mit Lego gespielt. Ich bin auf Tour gewesen. Aber weißt du, was ich an diesem... Legendär. Und zwar hatte ich eine Tour mit Anastasia und eine finnische Band. Lordi. Nee, es war mir... Aha. Adi ist norweg. Wärmer. Es war ruhiger. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Sunrise Avenue. Und ich musste immer eine halbe Stunde auftreten. Du warst mit Sunrise Avenue auf Tour. Ja, und ich musste immer eine halbe Stunde auftreten und die halbe Stunde habe ich nicht einmal geschafft, weil keiner mich hören wollte. Die waren wegen Anastasia und... Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die zehn Minuten voll durchzuziehen. Und da war eine im Publikum, die hat ein Sunrise Avenue Lied gesungen, so konnte ich Zeit überbringen, aber die hatte eine Stimme, mein lieber Mann, die war richtig gut. Ja, aber wenn du, wurde gerade gesagt, mit Lady Gaga aufgetreten bist und so weiter. Es will doch keiner Comedy hören. Es will keiner Comedy hören. Ja, wenn du ein Lied singst, wie als Super Ritchie, alles klar. Aber machst du jetzt Matze Klop, heiß Comedian und so weiter und erzählst. Ist wie im Karneval. Die Leute wollen auf den Tischen stehen und feiern. Ein Redner muss schon von vornherein nur aufgefressen. Da gebe ich dir absolut recht. Sonst geht nur Musik. Und genau dasselbe ist dann. Ich habe mal gehört, Rüdiger Hoffmann war mal Vorbild von Rolling Stones oder sowas. Irgendwie sowas habe ich mal mitgekriegt. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Als Redner, wenn du Musik hast, hast du keine Chance. Deine Erfahrungen. Aber dasselbe ist ja auch, wenn du im Stadion auftrittst. Das hatten wir ja in Folge 1 unserer Triologie. Ja. Hatten wir ja, da bin ich mal im Stadion von Borussia Dortmund aufgetreten. Auch noch als Super Ritchie. Allerdings, erst wollte ich auch so ein bisschen Wort machen, habe ich mir gedacht. Ist das dein Lieblingsverein? Ich weiß noch, dass ich dich mal gefragt habe, hast du einen Lieblingsverein und da darfst du nicht sagen, sonst lädt dich keiner mehr ein. Nicht wegen des Vereins, sondern weil er auch, er tritt in München auf, er tritt da auf, er tritt bei den Vereinen auf. Aber das habe ich so nicht gesagt. Du hast das so umschrieben. Nein. Pass auf, du hast Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, ich kann den Leuten nicht sagen, was mein Lieblingsverein ist, dann lädt mich Bayern vielleicht nicht mehr ein, dann lernen die mich nicht ein und die nicht mehr ein. Nein, das habe ich so nicht gesagt. War das nicht so? Nein, das war nicht so. Dann war Thorsten Sträter. Das kann sein, nein, in der Tat, aber das habe ich wirklich nicht gesagt. Wir waren voll wie die Eimer. Wer möchte nicht? Nein, 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 nein. Nein, 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 das habe ich wirklich nicht gesagt. Ich hatte dich als Borussia Dortmund-Fan ertappt. Nee, also ich sage mal, ich mag auf jeden Fall den Klub, weil ich finde, dass sie eine sehr gute Arbeit machen, muss man sagen. Stimmt, da kam das Gespräch. Und dass sie auch einen tollen Fußball auch wirklich spielen. Aber ich bin jetzt kein ausgewiesener Fan. Also so wie ich, MSV Duisburg, bist du nicht. Aber du hast auch Sympathien zum MSV, ne? Aber ich habe zum Beispiel, ja, aufgrund meiner Historie natürlich mit den sieben Auftritten, aber ich habe zum Beispiel auch Arminia Bielefeld ja als Sportreporter begleiten dürfen, als ich bei Radio Bielefeld war. Und deswegen ist natürlich auch in dem Moment man auch so eine Stadt und auch so ein Klub mir auch ein bisschen ans Herz gewachsen. Wenn du jemanden kennenlernst zum Beispiel, oder du wirst besucht beim Auftritt oder wer weiß was, dann hast du einen anderen. Union Berlin saß man mit der ganzen Mannschaft bei mir auf der Bühne. Alle mit Mütze und Brille. Ja, war überraschend sold out, also es gab kein Salz mehr. Nein, es war ausverkauft und dann saß die Mannschaft dann... Ich reagiere, ich reagiere auch, wenn ich es nicht so lustig fand. Aber die saßt mich auf der Bühne und hinterher kam bei der Autogrammstunde jemand und sagte, du musst mal die Leute von Union einladen. Ich sagte, die saßen alle mit auf der Bühne. Da saß der Bruder vom Groß und so weiter, der Felix saß da und so. Das ist eben bei mir auch so, dass wirklich, dadurch, dass ich immer viel Fußballparodie mache, wirklich die ganzen Vereine oder ganz viele von Vereinen zu meinen Shows kommen. Aber ist geil, ne? Das ist supergeil. Ich hatte ja Spieler von Werder Bremen da, Borussia Mönchengladbach. Bruno Labbadia war letztens mal da. Thomas Tuchel war mit seiner kompletten Mannschaft Mainz 05 bei mir in der Show. Ich dachte, wie Paris, das wäre schwer. Ich glaube, er hatte Geburtstag oder so und hat dann die ganze Mannschaft eingeladen. Und das ist natürlich dann in dem Moment, baust du auch eine Verbindung zu den Jungs auf. Dann lernst du die kennen, dann redest du mit denen. Und dann stellst du irgendwann fest, und jetzt habe ich mit den ganzen Vereinen ja auch gedreht, dann habe ich Luca Toni gemacht. Dann hoffst du in der Saison, wenn du eine CD rausbringst, das ist ja ganz normal, dass Luca Toni möglichst viele Tore macht, Bayern irgendwie Meister wird. Und dann merkst du, eigentlich geht das als Fan nicht. Also bist du dir dann, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber du bist dir dann ja fast selber der Nächste, weil du natürlich für dein Produkt auch bieberst und hoffst. Das ist ja ganz normal. Und deswegen würde ich in dem Moment einfach sagen, bin ich jetzt wirklich kein klassischer Fan, wo ich wirklich emotional immer dabei war. Ja, das ist, wenn jetzt die Nationalmannschaft spielt, ich finde auch den Namen, die Mannschaft, das ist überhaupt nicht meins, weil die Mannschaft, der Löw, das Bierhof, also da finde ich die Niederlärmung. Genau. Deswegen, also da für mich ist das immer noch deutsche Nationalmannschaft, finde auch, so sollte das wieder heißen. Da bin ich, da kann ich auch wirklich sagen, da bin ich absoluter Fan. Wenn, und das ist, wenn, habe ich dir das auch genauso erzählt. Ich glaube auch, aber ich war damals auch in meinem. Ne, hundertprozentig. Ich war ja auch ablesen. Da hast du ja auch schon Tzatziki-Gerauch gehabt und Parmesan-Käse geschnupft. Ich hatte damals so ein Kochbuch gelesen. Den fand ich gut. Kochen mit zwei linken Händen. Ich hatte den nicht gehört, aber war der klasse. Dann rufen Sie jetzt an, es gibt nur noch zwölf Stück. Ja, es waren auch nur zwölf gemacht, aber. Warte, gucken wir eben, was auf Seite zwölf ist, weil das ist ja vielleicht auch mal. Und jetzt kommt wieder unser Kühlschrank auf Seite zwölf. Natürlich. Also wenn das keine Überleitung ist, ein Cliffhanger würde man in der Comedy auch sagen. Wir haben in Folge eins. Aber da gibt es einen guten alten Heinz-Ehrhard-Witz. Warte, ich merke mir das, ich merke mir das. Rufen Sie mal bitte eine Seite rein. Steht gar nichts. Alter Heinz-Ehrhard-Witz, ja, von seinem Buch. Deswegen kommen wir jetzt zu einem Spiel, was ich heute erfunden habe, extra für dich. Ach, sind wir dem Buch schon durch? Ja. Ich weiß nicht, wo ich hingehe. Ja. Und zwar, du und ich, wir beide, zählen uns zur großen Kategorie der Unterhalter, der Comedian. Eine Frage habe ich aber noch. Okay. Sind die Gags, die du machst, sind die jetzt alle von Fips Asmussen oder nur die Hälfte? Fips Asmussen hat gesagt, ich trage die Brille nur, damit ich in das Buch gucken kann und seine Witze erzählen kann. Das hat er wirklich gesagt. Und ich finde das so geil, dass er mich erwähnt hat. Gut, ich habe ihn zu einem Auftritt eingeladen. Er wird bestimmt nicht kommen, weil er wieder über acht Ecken geht. Ich mache es hier nochmal. Fips, komm bitte zum Auftritt von mir. Der hat doch gar kein Internet. Und du wirst sehen, ich sitze gar nicht mehr am Tisch. Das ist, keine zwei Minuten sitze ich mir an dem Tisch und das Buch. Ja, ich zähle aus der Hüfte jetzt. Ja, deine Witze, alle erzählt. Ich muss neue finden. Ist so. Und der tut er sich schwer, du merkst es. Also wenn du noch ein paar Alte hast, hol die einfach raus, steckst du in die Post mit einer Taube, kommst du auch hier in Haminkeln. Wie heißt der Wort? Mehrhoek. In Mehrhoek kommen die auf jeden Fall auch an. Obwohl ich brauche, ich habe hier eine Alte. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ich ihn mal kennenlernen würde. Weil tatsächlich, Hugo Egon Balder hat damals bei RTS Samsternacht auch gesagt, wenn denen zum Beispiel für irgendwelche Sketche nichts mehr eingefallen ist. Hier ist das gesammelte Werk von Fips Asmus und guckt euch das, macht da Sketche raus. Ist so. Sketch ab, läuft so. Aber auch Fips hat die Witze doch mal irgendwo gehört. Jetzt kommst du. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, der hat die wirklich geschrieben. Danke, Fips, für deine Witze. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sogar noch Kassetten von ihm. Ich habe noch keinen Kassettenrekord mehr, aber ich habe tatsächlich die Komplette. Neulich war ich in meinem Keller, da habe ich die ganzen alten, ich habe noch Bänder. Ich habe CDs aus Schellack. Ich habe noch so VHS-Kassetten, habe ich noch. Und ich habe noch vom Radio so richtige Magnetbänder, die ich so aufgegriffen habe. So überlebt habe ich, sowas gab es früher. Darfst du dein Handy hinlegen? Sonst sind die Bänder leer oder das Handy kaputt? Dateienübertragung. Das wird per Airdrop, wenn das dann aufs Handy geschehen, speichervoll. Du kennst viele Comedians, du hast viele kennengelernt. Du hast genau das selbe. Das musst du übrigens noch lernen, dass wenn zum Beispiel der Gast eine Pointe zu Ende bringt. Dafür müsste ich dir zuhören. Dass du dann einfach auch mal so tust, als würde es dich interessieren. Warte. Der war gut. Prost. Hast du nicht ein Kochbuch gemacht? Mhm. Mit meiner Mama übrigens zusammen. Ist die mit da drin auf dem Bild? Die ist im Bild und die Fotos hat der Kollege Stefan Pick aus Köln gemacht. Der kennt die nicht. Ja. Deswegen sagt man auch Pick-up-Fotos. Und ich habe zu ihm gesagt, bitte, meine Mutter hat das noch nie gemacht. Und dann hat er, da ist ein Foto zum Beispiel von meiner Mutter und mir. Und dann hat er immer gesagt, Frau Knob, werfen Sie einfach mal Mehl in die Luft und sagen Sie, ich habe meine Söhne mit Diamantmehl großgezogen. Und das hat meiner Mutter gut gefallen und deswegen sind die Bilder so toll geworden. Und hast du aufgewischt hinterher? Nein, das hat Stefan gemacht. Das war alles mit ihm. Bist du da vorne drauf? Das bin ich. Wen machst du nach? Mich. Okay. Das ist übrigens, das dauert am längsten in der Maske. Ja, ich glaube auch. Oh, warte, ich muss das T-Shirt. Schmink mich mal wie Matze Knob. Oh, das wird schwer. In einer neuen Sendung, warte, ich muss das ja, ich habe das vergessen. Ich hatte das nur, weil du eben eine seriöse Frage gestellt hattest. Ja, Matze ab. Ja. Wieso? Das T-Shirt ist jetzt auch käuflich zu erwerben. Es gibt nur zwölf Stück, wie beim Buch auch. Aber wo? Das Buch gibt es überall, bei Amazon, bei Thalia. Die haben jetzt wahrscheinlich aber zu. Aber bei Gräfe und Unzer. Gräfe und Unzer. Ja. Und das T-Shirt gibt es in meinem Shop. Und das Unzer und gesagt, ist wirklich gut. Ja. www.matzeknob.de Ja. Meine Artikel, und darum geht es jetzt. Jetzt geht es eigentlich nur drum. Im Kulti-Shop unter MarkusKrebs.com, aber man kann auch Kulti-Shop, also ist total geil. Weil du kannst was gewinnen. Und das ist so schön, dass man hier was gewinnen kann. Du weißt ja, dass man den Trinker nicht am Bier erkennt, sondern an der Tasse. Das weißt du, ne? Den Trinker? Ja, weil da natürlich was drin ist, was der... Ich hatte Kollegen, der hatte immer Schaumau-Bier. Ja? Und es ist kein Scherz, habe ich im ersten Programm erzählt. Den haben wir einen Schal um ein Handgelenk gebunden. Und er hat so getrunken und das hat funktioniert. Dann hat der nicht mehr gewackelt. Ja, ist kein Scherz. So, jetzt zu dem Spiel. So, jetzt zu dem Spiel. Wir haben viele Comedians kennengelernt. Manche sagst du, das ist wirklich ein Typ, mit dem geht man auch abends mal weg. Bei vielen ist es aber auch so, wo du sagst so, der macht Comedy, das ist überraschend. Ja? Ne? Also... Es ist doch schön, dass ich dich noch überraschen kann. Ja, natürlich. Nein, weil die plötzlich Backstage merkst du, die könnten auch bei der Telekom arbeiten. Aber ich habe sehr sympathische Menschen rausgesucht und habe Fragen über diese. Und zwar Multiple Choice. Du weißt, was Multiple Choice ist? Ich gebe dir mehrere Möglichkeiten. Kennt ihr noch von der Fahrschule, da war auch Multiple Choice damals. Ja, und der leichteste war der Abgas. Wann verbrauchen sie am meisten, wenn ich Gas gebe? Ja, ist richtig. Dass du das noch weißt. Wann hast du den Führerschein gemacht? Äh, 8 Uhr war das. Ist das nicht brillant? Also manchmal könnte ich... Also, jetzt, jetzt, jetzt. Das ist eigentlich... Ich muss selber jetzt. Jetzt müssen wir eigentlich... Mikrofon drop, das war's. Danke. Schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt. Mein Gast, Leute. Wenn Sie Dr. Wopps angehören. Moin. Ach, du. Ich habe 10 Fragen an dich. 10? Ja. Kriegst du die alle vorgelesen? Ich habe das Gefühl, dass du... Möchtest du mitspielen? Abschweifst. Jetzt habe ich noch 9. Spaß. Okay. So. Die erste Frage geht über Kristall, von dem ich immer... noch 20 Euro bekommen. Damals auf der Reeperbahn. Wir hatten das Thema. Ja. Wart ihr im Puff? Nee. 20 Euro im Puff, dann wären wir heute auf Quarantäne zurecht. Sag ich mal. Ja. Also, ich glaube... Was habt ihr für 20 Euro gemacht? Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Er war angeschlagen und er wollte, glaube ich, weiter trinken. Ah, ihr habt getrunken. Wir waren beide noch nicht bekannt. Ja. Wir kannten uns... Wir haben die Ochsentour noch gemacht, wo du so vor 10 Leuten auch mal gespielt hast. Und davon war 8 Familie. Pass auf. Ich habe das mal in Los Angeles gemacht. Ich habe ja mal Schauspielunterricht gemacht. Da war ich in Los Angeles und habe mich auch bei so einer Open Mic Night eingetragen. Ja. Und dann, weil ich mich am Anfang nicht getraut habe, stand ich auf der Liste. Ich glaube, als Vorletzter. Und es war dann so, als es losging, war die Hütte brechenvoll. Und als ich dran kam, saßen dann noch zwei Leute, weil eben das Publikum waren auch eigentlich gleich alle, die aufgetreten sind. Und ich bin dann vor zwei Leuten aufgetreten mit meinem englischen Stand-Up. Ja. Fand mich aber trotzdem gut. Gibt es davon eine Aufnahme? Nee, leider nicht. Das wäre nämlich Bonusmaterial für eine DVD. Oder? Voll geil. Aber ich habe beim zweiten Mal, ich bin zweimal aufgetreten oder dreimal, glaube ich. Nee, zweimal. Und dann war der Erste und da hatte ich dann auch Publikum und die fanden das ganz gut. Ich habe nämlich auf meiner neuen DVD, von der aktuellen Tour, habe ich tatsächlich meinen allerersten Auftritt, meinen allerersten Solo-Auftritt, habe ich tatsächlich da mit drauf. Und da musste man über die Bühne gehen, wenn man zur Toilette musste. Das war Weltklasse. Da waren, da passten vielleicht 20 Leute rein, es waren über 100 da drin, die haben die Türen aufgemacht, weil alles Leute von mir waren. Fünf Euro Eintritt, es hat keiner bezahlt, weil ich froh war, dass Leute gekommen sind. Ja, ich habe nur Karten verteilt. Es hat am Endeffekt keiner bezahlt. Aber zwei Stunden und da tatsächlich Fips, Astrum, wir sind durchgehauen und alles, was geht. Bonusmaterial, sowas musst du immer aufnehmen. Ich war ja... Ein Tipp von Comedien zu Comedien. Ja, ich nehme von... Ich helfe wohl, ich kann. Mach doch mal ein Kochbuch. Prost. Nicht nur ein sehr sympathischer, sondern auch ein sehr kollegialer, hilfsbereiter Kollege. Da muss ich dich an dieser Stelle jetzt auch mal vor einem Millionenpublikum loben. Das sollten auch alle hören. Mach eben die Kamera lauter. Und die DVD von Markus Krebs gibt es jetzt im Handel. Bonusmaterial, es gibt nur noch zwölf. Und es gibt noch ein Kochbuch dazu, wenn Sie es jetzt bitte bestellen mögen. Ja, jeder 13. Anrufer kriegt ein Kochbuch dazu. Im Bundle. Ja. Gebt jetzt auch bei Unser und Söhne. Wie heißt die Frage? Gräfe und Unser. Und Unser. Unser Gräfe ist dabei. Unser Matze. Die erste Frage geht über Kristall. Gut. Du kannst was gewinnen, wo du selber sagst, was soll ich damit? Ja. Pass auf. Das ist ja eigentlich grundsätzlich der Fall. Ja. Darum die Brille. Wir sind ja eine Demokratie, deswegen suche ich gleich selber aus. Hast du eine Sehschwäche? Schwäche nicht, ist ja keine Stärke, sagen wir mal. Ja. Also es fungiert als Lupe. Da gibt es doch den alten Witz, warum bist du hier beim Arzt? Ich habe eine Blasenschwäche. Da war immer deine Stärke. Der war damals immer sehr gut. Aber in welchem Spiel... Noch ein Streich-Gag. In welchem Film spielte Kristall mit? Ist der auch auf der neuen DVD drauf? Nein. Nein. Gut. So, jetzt aber. Den habe ich auch noch nie gemacht. Jetzt setze ich doch auch mal durch als Moderator. Du musst auch die Sendung im Griff haben. Du lässt dich von dir selber immer rausbringen. Als ob ich mich nicht vorbereite. Oliver, hör mir zu. Es ist live. Lass laufen. Glaub mir, der Boden hat schon ganz andere Flüssigkeiten gesehen hier. Ich würde es drin lassen. Hätte ich es mal gemacht, wäre die Flüssigkeit nicht gut. So, pass auf. In welchem Spielfilm spielte Kristall mit? A. Abschlussfahrt. B. Der letzte Job. Oder C. Der Vorname. Abschlussfahrt. Ne, was war das? Das war A. A. War Abschlussfahrt. B. Der letzte Job. C. Der Vorname. Abschlussfahrt. Und ich frage nach. Das ist richtig. Er hat in dem Film die Abschlussfahrt mitgespielt. Ich bin vorbereitet im Gegensatz zu dir. Natürlich, weil du ja auch auf den Zettel geguckt hast. Nein. Du hast die Fragen nicht auswendig gedacht, aber ich die Antwort. Wir machen das so. Ich gebe die Antworten und du musst die Frage dazu rauszuholen. Du hast gewonnen. Meine neue CD. Oh. Gibt es auch als DVD mit Bonusmaterial. Ich weiß nicht, ob ich das gemerkt habe. Schon erzählt er. Kochbücher habe ich noch nicht, bringe ich aber bald raus. Ich kann auch eine Unterschrift machen, dann ist es aber nichts mehr wert. Ich habe übrigens auf meiner letzten DVD, die ja gar so dicke Hose sind, meine Auftritte aus Afghanistan mit drauf. Ich bin ja in Afghanistan aufgetreten. Vor der Truppe? Vor der Truppe, genau. Ich war in Masai-Scharif, in Kunduz und in Usbekistan. Das war auch geiles Postmaterial. Aber Usbekistan war immer schwer. Ja, weil der Usbeke meine Gags nicht ganz so, der kannte Jogi Löw jetzt nicht. Das war das Problem. Aber ansonsten kam es ganz gut an. Ich bin in Türkei öfters aufgetreten, aber auch da nur Robinson-Klub und so weiter, weil nur deutsche Urlauber waren. Türkisch kann ich, aber nicht so gut. Aber ich wollte wirklich tatsächlich immer mal ein türkisches Programm schreiben. Ja, kannst du türkisch? Duisburg. Bitte nicht. Sonst kannst du da nicht einkaufen. Aber dann kannst du ja nicht im Robinson-Klub mal auf. Da sind ja keine... Wir waren in... Wie heißt der Robinson-Klub in der Türkei? Pamphylia. Nee, war näher dran. Siede. Antalya. Ich bin in Antalya gelandet. Ich auch. Ja. Schon mal. Und da war dann auch direkt. Halt. Ja. Die zweite Frage. Den wievielten Platz nahm Otto Walkes ein? In der Kategorie die besten deutschsprachigen Komiker. War er erster, war er dritter oder fünfter? Ja. Die besten... Welche... Wo wurde das? Es wurde von Johannes Bekerner, ein sehr netter Typ übrigens. Aua, ich habe mir wehgetan, tat aber nicht so weh. Und da gab es eine, so wie eine Rangliste, wie bei der Musik auch manchmal gemacht hat, die besten deutschsprachigen Sänger und so weiter. Und es gab eben über wirklich alle komplett, die es gab, Komiker eben. Und wurde er in der ganzen Sache erster, dritter oder fünfter. Da waren auch Leute bei, zum Beispiel wie Karl Dall oder Mike Krüger und so weiter und so fort. Also alle, die mit Humor zu tun hatten. Ich fasse zusammen. Micky Krause, super netter Typ. Oliver Popper, schwer in Ordnung. Kristall, geil. Ja. Johannes Bekerner, sehr, sehr nett. Richtig. Warum bist du nicht so nett? Hm? Bitte? Ich höre ja nur zu. Ich versuche so die Rosinen rauszupicken. Ich weiß nicht, ob du Matze Knob kennst. Aber der hat ein Kochbuch auch gemacht. Oh, warte. Da könnte ich kotzen. Hier. Kochbuch ist bei Linken. Dritter. Ich habe tatsächlich, er wurde tatsächlich dritter, hast du recht. Erster wurde, Heinz Erhardt, zweiter Loriot. Und dritter schon Otto Malkes. Ja. Du hast gewonnen. Ja. Meine DVD. Hocker. Hocker. Ja. Weil die ist schon etwas älter, die muss weg, weil meine Freundin Platz braucht. Bitteschön. Dankeschön. Ist so, man redet ja nicht über Leute, die man nicht so mag, aber es gibt wirklich einen, da habe ich die sieben CDs, die ich von ihm hatte, zerstört, nachdem ich ihn kennengelernt habe. Ich werde den Namen nicht nennen, aber ich habe tatsächlich kaputt. Sag mal, meinst du, wenn ich dich parodiere? Ja. Ja. Und nenne mich zum Beispiel Kusmaresberg. Kusmaresberg. Weißt du, wie lange Fips Asmussen schon versucht, mich zu parodieren? Das klappt nicht. Kusmaresberg und geh dann irgendwie als Rocker-Hocker und geh auf Tour und hau einfach deine Dinger raus. Meinst du, das ist so eine Tribute-Band zum Beispiel von Rammstein funktioniert ja auch mega geil. Es gibt einen tatsächlich aus der Münsteraner Gegend, der das macht, der tatsächlich mit Mütze und Brille auftritt und erzählt meine Witze. Und hast du ihn verklagt? Und nein, ich habe ihn gratuliert dazu. Wie geil ist das denn, wenn Leute auch in deinem Outfit, wie sag mal Super-Ritschi, Karneval rausgehen. Dann gibt es doch nichts Geileres. Aber wenn der jetzt erfolgreicher wird als du, was ist dann? Dritte Frage. Ja. Nein, ist ja sympathisch, wenn er so ein bisschen... Nein, das muss einfach mal auch drin bleiben. Ein bisschen Sign-Fiction muss ja dabei sein. So, die dritte Frage. Was machte Jürgen von der Lippe in den Jahren 1967 bis 1970? Absolvierte er eine Offiziersausbildung bei der Fernmeldetruppe der Bundeswehr? Machte er sich selbstständig mit der Idee, Sprüche auf Tassen zu drucken? War damit einer der ersten, die er jemals gemacht hat. Oder machte er bei Gewinnspielen so oft mit und hat auch oft gewonnen, dass er deswegen einen Guinness-Buch-Eintrag bekommen hat? Ich glaube, es gibt einen Grund, warum er diese bunten Händen immer anzieht, weil er die Uniform irgendwann nicht mehr sehen konnte. Es ist trotzdem eine gewisse Form der Uniform. Ich sag, der war bei der Bundeswehr. Du hast dich vorbereitet tatsächlich, sehe ich. Ist das richtig? Es ist richtig. Aber wie geil sind denn die anderen Antwortmöglichkeiten? Ich sitze da und kann mich feiern. Ja, ich fand sie jetzt redaktionell. Von der Vorbereitung hätte man es besser machen können, um mich mehr in die Irre zu leiten. Ja, das muss ich meiner Freundin dann sagen. Du gewinnst, weil genau dir, weil wir darüber auch geredet haben, war ein anderer Preis. Der Mann hinterm Bauch in L. Ich hätte mit dem Kombi kommen sollen. Ich bin einfach wieder nur mit dem Smart hier aufgelaufen. Da kommen noch Sachen. Ich dachte, an dem Hamminkel sind die Straßen so eng. Du kommst an dem kleinen Auto. Es ist tatsächlich, man kann wenden, aber man will ja hierbleiben. Ja. Jetzt kommt eine Frage, die hätte ich beantworten können. Ja. Woran hat Mike Krüger mitgearbeitet? An der Hamburger Philharmonie oder an der Glocke des Hamburger Michels oder am Hamburger Elbtunnel? Am Elbtunnel? Ja, der wurde irgendwann mal gebaut. Glaub mir, der war nicht von Hause aus da. Kann es sein, dass der vielleicht irgendwie schon im Elbtunnel im Stau stand und dachte, scheiße, wann wird das Ding fertig, komm, ich helfe jetzt mal mit. Könnte ja sein. Sie müssen nur den Nippel durch die Liste ziehen. Ich hätte mich gefreut, wenn irgendeiner nur mal so... Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Meine Freundin Jackie hat Mike Krüger ein Lied von ihm vorgesungen, was er gar nicht mehr wusste. Wir feiern heute eine Party, ist das beste Lied. Und es kann kommen, wer will, denn weil man unsere Partys kennt, kommt meist nicht viel. So geht der Text und das hat meine Freundin Jackie ihm vorgesungen, wo wir uns bei Genial daneben getroffen haben. Und er sagt, meine Fresse, das kenne ich noch niemals. Und ich habe gesagt, das wäre ein Lied für Mallorca. Aber er hätte da keinen Bock drauf. Die Glocke. Die Glocke. Ich habe keine Ahnung, vielleicht hat der irgendwie geholfen, die zu stimmen oder so. Er hat tatsächlich am Hamburger Elbtunnel mitgearbeitet. Nein! Darum auch kein Seitenschreifen. Alter Schwierig. Er hatte aber keinen Bock mehr. Er hat gesagt, lass nur die Strecke, wenn Stau ist, ist Stau. Er hat mit der Nase immer gerungen, wo es rausgeht. Übrigens, war das dann, was gerade rausgefallen ist, das wäre der Gewinn dafür gewesen. Oh, was wäre... War bestimmt teuer. Thorsten Sträter. Wahrscheinlich war das das Einzige, was ich wirklich gebraucht habe. Und das müsstest du wissen. Und dann habe ich die Frage nicht richtig beantwortet. Thorsten Sträter, ein super Typ. Er ist ja wirklich der Herrenausstatter gewesen. Hat mir mal beim Comedypreis geholfen, wie ich die Knöpfe machen soll. Thorsten Sträter hat eine Kolumne... Mir hat mal Henry Maske, ein Einstecktuch gerichtet. Maske ist doch ein geiler Name für einen Boxer, oder nicht? Auf jeden Fall. Aber ich stand mir irgendwo auf dem Klo. Aber bei Lindenstraße, den einzigen Schwulen, der da mitspielt, Carsten Flöter nennen, ist, finde ich, da fehlt Figur-Spitz-Gefühl, oder nicht? Aber Henry Maske ist ein geiler Name für einen Boxer. Mappe wäre auch gut gewesen. Ja, genau. Oder Haken. So, jetzt du. Was hat Henry Maske eigentlich mit dir mal gemacht? Der hat mir mal ein Einstecktuch gerichtet. Nein, ich stand irgendwann mal bei der Kinderlachengala auf dem Klo. Ja, und dann habe ich gedacht, verdammt, das blöde Einsteck. Da dachte einer, soll ich dir mal helfen? Ich dachte, wer ist der? Der drehte mich um, und das war Henry Maske. Und dann hat der da oben rumgefummelt und mir meine Einstecktuch. Und ich meine, das muss... Da machst du nicht nochmal Klatsch. Pack mir die an, ey. Was ist denn los? Machst du noch... So, Frage Nummer 5. Thorsten Sträter. Ja. Er hatte eine Kolumne... Warte, ich muss die Brille aufziehen, sonst denkt man, ich kann das wirklich lesen. In welchem Sportmagazin? Du bist auch bestimmt Abonnent sämtlicher Sportmagazine. Ich denke, als Beb Kovaliola? Ja. War das in dem Sportbild, Elffreunde oder im Kicker? Was? Der hatte eine Kolumne in einem dieser tatsächlichen Sportmagazine. Sportbild, Elffreunde oder Kicker? Also Sportbild glaube ich nicht. Mhm. Kicker. Du sagst Kicker? Oder Elffreunde. Elffreunde, aber kann auch sein. Das würde auf jeden Fall... Ich sage Kicker. Kicker ist richtig. Er hatte tatsächlich eine Kolumne im Kicker. Und er ist auch Dortmund-Fan. Ja. Hast du eigentlich auch einen Kicker? Der steht da drin, tatsächlich. Ehrlich? Kannst du kickern? Ich kann kickern, du siehst kein Land. Wirklich nicht. Ehrlich? Du bist mit dem Auto hier, ne? Ein Autoaufkleber, danke. Wieder ein Fan mehr. Geil. Wir müssen hier kurz... Was kostet der im Shop? Der ist... Kann man den kaufen im Shop? Das weiß ich nicht. Ich habe davon nichts. Ein Euro, fünf Euro Versandgebühr. Sechs Euro, jetzt der Aufkleber Markus Kriegs. Nein, der klebt oben links auf dem Umschlag immer mit. Leuchtet auch im Dunkeln. Das ist ein Siegel quasi. Ich verstehe. Ich höre gerade, wir sind schon wieder zu lang. Oh, das ist aber schade. Sollen wir noch einen dritten drehen? Ja, wir können das Kochbuch vielleicht nochmal erwähnen. Und dann drehen wir meinetwegen noch einen dritten. Ich müsste mich dann aber nochmal umziehen. Sehr gerne. Wir sehen uns gleich zum dritten Teil. Wir sehen uns gleich zum dritten Teil.